Claude Etienne Miny war der Erfinder des Minigewehrs. Miny war der Sohn eines armen Handwerkers in Paris, ging zur Armee und stieg vom gemeinen Soldaten zum Offizier auf. 1830 kam er nach Algier und beschäftigte sich seitdem mit Feuerwaffen. Er arbeitete auch mit den Werken von Henri Gustave Delvenier und Louis Etienne de Touvenin. Sein Durchbruch gelang 1847 mit der Erfindung des Minigeschosses und 1849 mit dem nach ihm benannten Gewehr. 1852 wurde er zum Kommandeur eines Bataillons ernannt und war dann längere Zeit Lehrer für Büchsenschießen an der Normalschule zu Vesen. Nach seiner Verabschiedung als Oberst 1858 ging er nach Ägypten, wo ihm der Vizekönig Mohammed Zaid die Leitung einer Waffenfabrik und einer Schießschule in Kairo übertrug und ihn zum General ernannte. Nach Paris zurückgekehrt beschäftigte er sich viel mit Gewehrkonstruktionen. Minys Entwicklung verbesserte die Treffgenauigkeit und Reichweite des Gewehrs enorm. Zudem konnten seine Verbesserungen an vorhandenen Waffen durchgeführt werden. Das führte zu einer schnellen Verbreitung seiner Technik in ganz Europa. Mit der verbesserten Präzision veränderte er die Kriegführung nachhaltig. Das Standardgewehr konnte vorher auf ca. 100 bis 200 Meter treffen, das neue Gewehr konnte bereits bei 1000 Meter eingesetzt werden. Die hohen Verluste im Sezessionskrieg kamen auch dadurch zustande, dass mit alter Taktik aber neun Waffen gekämpft wurde.